Polizeiberichte Berlin 15. Juni 2024 Wenn du keine Polizeiberichte oder wichtige Meldungen der Polizei Berlin verpassen willst, abonniere unseren Kanal. Bericht, vermunkte Randalierten Polizeimeldung vom 15.06.2024 Friedrichshain Kreuzberg Nummer 1258 In der vergangenen Nacht kam es im Kreuzberg zu einem Polizeieinsatz wegen eines schweren Landfriedensbruchs. Im Bereich Skarlitzer Straße, Lübbener Straße, Wrangelstraße versammelten sich gegen 23.15 Uhr ca. 200 vermunkte Personen, die sich in Kleingruppen beim Eintreffen der Einsatzkräfte in verschiedene Richtungen entfernten. Während der Flucht wurden aus den Gruppen Straßenschilder, Warnbarken und E-Scooter auf die Fahrbahn geworfen und teilweise in Brand gesetzt. Die Berliner Feuerwehr musste vier brennende Elektroroller löschen. Die Einsatzkräfte der Polizei nahmen zwei 18 und 24 Jahre alte, bereits polizeibekannte Tatverdächtige fest, die Kleidungsstücke und Accessoires mit Palästina-Bezug trugen. Sie mussten sich einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen und durften danach zunächst ihrer Wege gehen. Allerdings müssen sie sich demnächst wegen schweren Landfriedensbruchs verantworten. Die entsprechenden Ermittlungen, auch ob die Ansammlung einen pro-palästinensischen Bezug hatte, führt der polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt. Bericht Bilanzmeldung zum Auftaktspiel der UEFA Euro 2024 Polizeimeldung vom 15.06.2024 Berlinweit Die Polizei zieht Bilanz zum Auftaktspiel der UEFA Euro 2024 zwischen Deutschland und Schottland in München, zu dem sie in Berlin mit rund 1.800 Kolleginnen und Kollegen im Einsatz war. Gegen 16.30 Uhr wurde ein herrenloses Gepäckstück vor einem Kontrollpunkt zur Fanzone auf der Reichstagswiese festgestellt. Der Bereich wurde umgehend abgesperrt, der Besitzer der Tasche ermittelt, dessen Identität festgestellt und die weiteren Umstände geklärt. Im Ergebnis ergab die Überprüfung des Rucksackes sowie der Person, dass von beiden keine Gefahr ausging. Nach zweistündiger Absperrung wurde der Zugang zur Fanzone wieder ermöglicht. Die Einleitung eines Strafverfahrens wird geprüft. Gegen 20.10 Uhr war die Fanzone am Brandenburger Tor nach Angaben der Veranstalterin bereits voll ausgelastet, weswegen ein weiterer Zugang vom Ordnungsdienst unterbunden wurde. Der S-Bahnhof Brandenburger Tor musste polizeilicherseits zur Gefahrenabwehr geschlossen werden. Im südlichen Bereich des Veranstaltungsgeländes versuchten Personen, außerhalb der regulären Zugänge in den Bereich der Fanzone zu gelangen. Die Überwindungsversuche konnten von Einsatzkräften unterbunden werden. Nach Spielende sammelten sich im Bereich der Kreuzung Hanna-Arendt-Straße-Ebertstraße 300 bis 400 kroatische Fans. Aus der Gruppe heraus wurden vereinzelt Flaschen gegen eintreffende Polizeifahrzeuge geworfen und Pyrotechnik gezündet. Die Einsatzkräfte mussten unmittelbaren Zwang durch Schieben und Drücken anwenden, um die Situation zu beruhigen. Gegen 23.15 Uhr formierte sich ein Autokorso mit rund 50 Fahrzeugen, der den Kurfürstendamm hupend entlang fuhr. Insassen der Fahrzeuge schwenkten teilweise deutsche Fahnen und bejubelten den Spielsieg der deutschen Nationalmannschaft. Gegen Mitternacht löste sich der Korso wieder auf. Insgesamt wurden von den Einsatzkräften Freiheitsbeschränkungen bei 36 Personen durchgeführt und 19 Strafermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts der Beleidigung, des Diebstahls, der Körperverletzung, des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz sowie der Volksverhetzung, eingeleitet. Die Polizei Berlin weist darauf hin, für den Besuch der Fanzones keine großen Taschen, nicht größer als DIN A4-Format, mitzubringen oder Gepäckstücke unbeaufsichtigt stehen zu lassen. Bericht Verkehrsunfall nach mutmaßlichem Kraftfahrzeugrennen Polizeimeldung vom 15.06.2024 Lichtenberg Nummer 1260 In der vergangenen Nacht wurden mehrere Personen bei einem Verkehrsunfall in Lichtenberg verletzt. Zeugen beobachteten gegen 22.40 Uhr, wie ein 19-Jähriger in einem VW-Mietwagen, ein 19-Jähriger in einem Mercedes- und ein 40-Jähriger in einem VW auf der Frankfurter Allee über die Lichtenberger Brücke hinweg in Richtung Frankfurter Tor offenbar mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren. Auf Höhe der Hubertusstraße kam es schließlich zum Zusammenstoß der drei Wagen. Nach den bisherigen Erkenntnissen schleuderte der Mercedes zunächst gegen den Mietwagen und anschließend gegen den VW des 40-Jährigen. Dabei erlitten der 19-Jährige Fahrer des Mietwagens und sein 20-Jähriger Beifahrer Kopfverletzungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten die beiden zu stationären Behandlungen in ein Krankenhaus. Ein Mitfahrer des 40-Jährigen und ein Mitfahrer des 19-Jährigen Mercedes-Fahrers wurden ambulant in Krankenhäusern behandelt. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten den Mercedes- sowie den Führerschein des 19-Jährigen Fahrers, darüber hinaus auch den Mietwagen. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3, Ost, hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen. Bericht, Autofahrer entfernt sich vom Unfallort. Polizeimeldung vom 15.06.2024 Spandau Nummer 1261 Heute Morgen kam es in Siemensstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Nach den bisherigen Erkenntnissen prallte der 28-Jährige mit seinem Motorrad gegen 7.10 Uhr an der Kreuzung Nonnendammallee Rohrdamm gegen die Beifahrerseite des Autos eines 42-Jährigen. Dabei verletzte sich der Motorradfahrer am Kopf, am Oberkörper und an den Beinen. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Sein Motorrad ist nicht mehr fahrfähig. Der Fahrer des PKW entfernte sich zunächst vom Unfallort. Ein Zeuge, der auch die Polizei alarmierte, verfolgte den Fahrer, wodurch ihn die Einsatzkräfte im Anschluss ausfindig machen konnten. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass der Autofahrer nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Er muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2, West, hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen, ein Unfallgutachter wurde hinzugezogen. Bericht Sachbeschädigung mit politischem Hintergrund Polizeimeldung vom 15.06.2024 Mitte Nummer 1262 In der vergangenen Nacht stellten Polizeikräfte in Mitte drei vermummte Plakatkleber fest. Die Einsatzkräfte in Zivil beobachteten die drei Maskierten gegen 1.15 Uhr auf dem Zwischendeck der U-8 im U-Bahnhof Alexanderplatz dabei, wie sie ein Plakat mit einer anti-israelischen Parole auf eine dort an einer Wand befindlichen Werbetafel anbrachten. Ein weiteres Plakat trugen sie bei sich. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen die drei 18, 25 und 32 Jahre alten Männer fest und beschlagnahmten beide Plakate. Nach Feststellung ihrer Identitäten durften die drei anschließend ihrer Wege gehen. Der Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat ob der politischen Tatmotivation die Ermittlungen übernommen. Bericht Geldautomat aufgesprengt Polizeimeldung vom 15.06.2024 Pankow Nummer 1263 Bisher Unbekannte sprengten in der vergangenen Nacht einen Geldautomaten in Pankow. Nach bisherigen Ermittlungen fuhren drei Männer mit einem PKW zur Rückseite eines Einkaufszentrums an der Neumannstraße. Dort durchbrachen sie mit dem Wagen die Zugangstüren zum Zentrum, stiegen aus und begaben sich zu einer Bankfiliale. Dort sprengten sie den im Vorraum der Geschäftsstelle befindlichen Geldautomaten, wobei sie diesen und die Schaufensterfront erheblich beschädigten. Ohne Beute liefen die mutmaßlichen Einbrecher zur Rückseite zurück, entfernten die Kennzeichenschilder vom Tatfahrzeug und setzten dieses in Brand. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Brandbekämpfer der Berliner Feuerwehr löschten den brennenden Wagen, der anschließend sichergestellt wurde. Einsatzkräfte der Kriminalpolizei übernahmen den Tatort und führten eine Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen wegen des besonders schweren Einbruches, des Herbeiführens einer Sprengstoff-Explosion sowie der Brandstiftung führt das zuständige Fachdezernat des Landeskriminalamtes. Bericht, Böller gegen Rettungswagen geworfen. Polizeimeldung vom 15.06.2024 Lichtenberg Nummer 1264 Ein Mann warf gestern Abend in Fenpfuhl einen Böller gegen einen Rettungswagen. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der 26-Jährige gegen 21.15 Uhr in einer Gruppe vor einem Spätverkauf an der Möllendorfstraße, die sich dort das Eröffnungsspiel der UEFA Euro 2024 anschaute. Aus der Gruppe heraus warf er dann einen Böller gegen einen auf der Möllendorfstraße fahrenden Rettungswagen und traf dessen Frontscheibe, wo der Böller explodierte. Der Fahrer erschrak sich, konnte den Wagen jedoch in der Spur halten. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden, auch wurde niemand verletzt. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen den 26-Jährigen im Spätverkauf fest, überprüften dessen Identität und entließen ihn wieder am Ort. Er muss sich nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr verantworten. Bericht, Festnahme nach versuchtem Raub Polizeimeldung vom 15.06.2024 Reinickendorf Nummer 1265 In Reinickendorf wurde in der vergangenen Nacht ein Mann auf dem Weg zur Arbeit überfallen. Der 60-Jährige soll von mehreren Personen gegen 2.45 Uhr angehalten worden sein, als er mit seinem Fahrrad den Gehweg der Rödernallee in Fahrtrichtung am Nordgraben befuhr. Kurz vor der Einmündung der Flottenstraße soll ihn ein 17-Jähriger aus der Gruppe an der Schulter gegriffen und Geld von ihm gefordert haben. Dem 60-Jährigen gelang es nach eigenen Angaben, sich loszureißen. Im darauffolgenden Gerangel soll der Jugendliche gedroht haben, sein Gegenüber abzustechen. Erst, als ihn ein mutmaßlicher Mittäter auf mögliche Kameras in der Umgebung aufmerksam gemacht hatte, soll er von dem 60-Jährigen abgelassen haben. Dieser konnte mit seinem Rat zu einer nahegelegenen Tankstelle flüchten und die Polizei alarmieren. Die Einsatzkräfte konnten den 17-Jährigen mutmaßlichen Haupttäter und seinen 18-Jährigen mutmaßlichen Komplizen festnehmen. Während der polizeilichen Maßnahmen verhielt sich der 17-Jährige unkooperativ und aggressiv. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung im Polizeigewahrsam durfte der 18-Jährige gehen, der 17-Jährige wurde von seiner Mutter abgeholt. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1, Nord, führt die weiteren Ermittlungen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017